Ja, hier ist euer Dr. Maas, kleiner Tipp am Rande Ihr müsst einfach chillen, versteht ihr? Meine Damen und Herren, ich bin so alt wie ein Stern Doch ich funkel nicht, weil das ein bisschen tuntig ist Heute will ich bunte Laune, denn ich werd nicht alt Meine Lebenslinie ist in der Mitte zweigeteilt Einerseits seh ich alles chillig und so Ich bin vertrippbar, vier Jahre lang der Mann im Mond Und das einfach so, heute sieht das anders aus Heutzutage wär's nur ne Hacker und ne Panzerfaust Bevor ich in den Abend lauf, Morgengraum, Möser Traum Alles wieder mal, nur Schall und Rauch Ich mach das für meine Fans, egal was ihr von mir denkt Ich bin ein guter Rapper, aber nur ein bisschen verhängt Leider ist nicht alles easy, so wie Zeilen zu schreiben Oder wie immer auf der gleichen Stelle zu treiben Bessere Zeiten sind nicht geschärft, wie Messerschneiden Erweitern unseren Geist, um die Erde zu umkreisen Alles chillig und so, Dr. Maas hat den Geistenflow Und wir bleiben gediegen, sollen die anderen sich doch weiter bekriegen Alles chillig und so, Dr. Maas hat den Geistenflow Und wir bleiben gediegen, sollen die anderen sich doch weiter bekriegen Wir sind auf Reisen und noch lang nicht angekommen Aufgrund der bitteren Zeiten sind Ziele versteckt wie ein Phantom Stahl hart wie der Eiffelturm, aber nur im Traum Ey, Dr. Maas, du machst wieder mal nur geilen Sound Leider war ich wieder mal verliebt und hatte nachher wieder mal nur Stress in der Beziehung Wieder mal kostbare Zeit verschwendet und viele gute Tracks wurden einfach nicht vollendet Okay, mehr Worte verliere ich nicht, denn es gibt Wichtigeres, zum Beispiel Rap ist zurück Und es erfüllt mich mit Glück, wenigstens ein kleines Stück Denn das restliche Leben macht mich leider schon genug verrückt Der Schaden irreparabel, bin halt ein bisschen verwirrt Zumindest hab ich meine Erfahrung gesammelt ab hier Heute will ich meine Ruhe und kein Stress mit G-Song Wird das auch mal passieren, was für die anderen hieß? Mann, ich fließ wie Wasser, bin total entspannt Und mein Schlagstock bleibt jetzt in meinem Schrank Ich bin gegen Gewalt, also bleibt locker, ihr Teufs Ansonsten nehm ich ne Waffe und baller voll überzeugt Ja, die die scheiße sind, kannst du einfach rauskarten dann Ja, die scheiße sind, kannst du einfach rauskarten dann Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.